hallo und willkommen zu einer neuen folge von Wackfest mit dem Dejan und dem Thomas Thomas ist vor mir das gute ist Thomas und wir starten gleich gut die Strecke überlebt ja mal gucken nein 100 mal umgedreht 100 mal 1000 ich glaube mein Fahrer ist froh dass er auf der rechten Seite sitzt richtig warum fährst du voll auf mich weil das kann nein nein warum lasst mich keiner in Ruhe ich will nur fahren ich bin 17 diese laufen die Rennen die ich danach gewonnen habe so richtig schlecht meine Bremsen meine Bremsen sind nicht kaputt meine Fähne ist kaputt nein 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 warum jedes Mal ich kämpfe nach vorne wieder nein wieso wirst du jetzt wieder lebendig Jesus wie viel habe ich gesprungen na toll ich überlebe das Rennen vermute ich nicht du dummer kleiner Thomas lieber Gott ey der andere hat mich ja voll gepusht ich war hinter dir schön ich war hinter dir schön und Thomas hat mich jetzt demoliert war nein aber er hat mich auf dem Platz jetzt zurückgesetzt ich bin 9er vor mir ist ein Scheißhaufen oh mein Gott wie viel ich springe da ah doch mal rum für den nein 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 ouch ich kämpfe mich wieder nach vorne ich frag mich wie ich das schaffe aber ich gehe auch nach vorne ich bin demoliert ich kämpfe mich nicht mehr nach vorne ich demoliere mich selber der du bist auf Platz 4 Thomas Fjord go Thomas wir müssen weiterhin unsere Siegserie ausbauen wow schön elegant ausgewichen Vorsicht mein Auto steht mitten in der Hanna Kurve oben kann sein ich runtergerutscht bin aber normal ich stehe ich oben sag ich mein Auto er fliegt da nein nein nicht da nicht da nicht da nicht da nicht da ich will schon mal hast du eigentlich Thomas nein oh der ist da oh der ist da oh der ist da er hat aber nicht so viel Leben wie du das heißt du hast mehr du hast mehr Leben als er oh ich hasse diese scheiß Ding Capchilla uff wie Thomas das immer am fliegen ist ich wollte ich wollte gerade sagen eigentlich ist der Weg andersherum immer besser wenn man springt ja ja Dian Brautz Dian Brautz oh man so ne Schwule Scheiße warum steht das Auto da leiden Dian ach dieses bisschen Schaden kann man verkraften nein nicht pushen nicht pushen von hinten nein in echt wär die Federung sowas von durch in deinem Auto eine serie ist beendet thomas warum bist du nicht durch die mitte gefahren durch die mitte gefahren dann haben wir jetzt letztlich nicht erst immer daher war so viel leben eigentlich noch rausgeflogen noch die hatte ich will ihm hat sie noch 60 oder ein und vielleicht das so viel leben ein unfall weg und das war nur fünf leute überleben einer fährt jetzt alleine deswegen war keiner mehr da ja das auto was einfach schnell aber schwach sehr schwach eigentlich wollte ich einen bus nehmen aber der war irgendwie nicht erlaubt aber wieso momentan kann man keine busse ich habe kein bus hier gesehen die stadt von polen auch nein ich muss weg hier ja ich hab durch die erste kopf überlebt ja genau das war echt wichtig nein 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 nicht da nicht da nein ich habe ich habe gewusst so viele autos ich habe doch extra noch getrennt ich habe 75 65 leben durch einen unfall verloren man auch sieht aus wie neues auto meine front ist ja mega geil meine front sieht mega lustig aus du huren so dann nicht aber ich war zu schnell siehst du ich bin ja im rennen weg man mag ich magic nein wo ich hasse ich hasse dieses spiel man ja komm jeder jeder komm noch einmal wer hat noch wer hat noch nicht wer will noch mal ja ich mach mich selber kaputt scheiße ich bin tot ich frage mich warum ich immer auf der stadt und spiel gerade immer so komische lags habe aber nur da wenn ich zurückkomme habe ich sie doch nicht mal mehr okay ich fahre durch ein bord über ein bord über so ein ding und mein auto gibt es hinten hoch Kevin Thomas ist hinter dir ich jacke an dann super move bänner nicht schubsen mein auto zum züften da irgendwie angst dass er mich gerade rammt gleich oh ja oh ja oh ja haha super Thomas sehr nett du standst da halt genau weil der scheißidiot mich da weggeballert hat ich glaub nicht dass du überlebst Kevin ich glaub auch nicht wie viel noch aber ich hab ein ziel ein ziel ey ey wie viel noch zwei danach noch oh ich glaub nicht dass du das schaffst ziemlich schwach top aber er pusht dich auch ja ha Capsilla überholt wieder Capsilla Capsilla was Capsilla ja der spielt jetzt auch mit in seinem Heimkino in seinem Heimkino in seinem Heimkino ja boah der steht aber richtig behindert da oh ja ha ha Thomas haut durch ist komplett zerstört auf der Jagd nach dem zweitplatzierten ne ne ist zweiter keine Ahnung Captain Gaki ich hab mich schon kurz angelehnt Thomas macht dir keine Sorgen ich beschäftige dich hin Alter noch mehr über hier die runde und den Meerbergen na das stimmt Innenrum vorbei Zucker du Arschloch du dummisch Arschloch Aaaaah krieg ich die Motten Alter in der letzten Runde ich hasse überrundete ich hasse sie ich hasse sie jawoll ich gewinne jaja oh man danke überrundeter sehr nett schon der zweite war dass du den scheiß überrundeten gewinnt hahaha warte Thomas war's zweiter oder was ? ne ich war erster die ganze Zeit man dann kick kickt mich schon den scheiß überrundeter weg und bin jetzt dritter ich gewinne ich gewinne wie hast du gewonnen Kevin du hattest noch 10 Prozent Ja, ich habe keinen einzigen Unfall mehr gehabt. Ja, das war geil. So, du bist der erste und Thomas ist der zweite? Dritter ist Thomas geworden. Ich habe es so gesehen in der letzten Runde beide überholt. Wie kann man bitte rote Reifen machen? Hattest du auch gehabt. Ich habe rote Felgen. Rote Reifen? Der hat rote Reifen, der eine. Verdienter Sieg! Oh, jetzt bin ich herz. Sonst könnte es hier schlecht sein. Oh fuck, ich habe mich. Oh ja, das konnte ziemlich schlecht sein. Oi, 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 oi. Lass mich durch. Ich gehe gar nicht, wo es lang geht. Sind nur Autos, oder? Oh cool, habe ich davon gekämpft. Nein, ich fahre über den Hügel. Toll. Toll! Ich war so schön nach vorn gekämpft. Jetzt bin ich neu zittert. Nein, nein, nein. Da habe ich mich nicht an, Mann. What the fuck ist das wie eine Strecke? Oh, da schlägt sich einer. Weg da, weg da. Danke, sehr nett. Die Schwung nehme ich gerne mit. Oh, der hat gerade voll verwirrt. Und sagt, es war auch so, dass da einer auf der Seite liegt. Ich bin neuter wieder. Ein hin und her hier, ey. Bei mir wieder steckt. Reide, Mann, fahr! Fahr schneller, sonst täusche ich dich noch mal. Der ist nur am hüpfen. Was hat der denn für ein Auto gehabt? Ich steu ihn so ganz leicht an, aber ist er nur noch am hüpfen, ey. Schau, aber warum, wie Thomas sagt, ich fahre komplett schön normal und er wie ein Arschloch war. Er dreht mich um. Ist normal. Manchmal muss man selber ein Arschloch sein, so gesehen. Ah, danke, Reifen-Chuffle. Ich dich. Heiß Käfer, komm, wir hauen den Deck. Wie hilft der Seite überhaupt? Hier. Gibt ja ein bisschen, gibt ja ein Busch, Thomas. Wie viel da seid ihr? Im 15, der 2, der 3. Ah, okay. Kulsch, kulsch, kulsch. Nein. Uh, das war knapp, diese Scheiße. Magic, warum ein bisschen so schnell? Ach, fies dich. Ja, der Scheiße ist auf dem Rutsch weg. Oh Gott, wenn man einmal eine andere Passage fährt. Ja, wir haben noch eine Runde. Ja, der Käfer überschlägt sich fast. Thomas, der ist ganz nah hinter dir. Ich schweiße, spüre ihn am Lacken. Der Sat-Jorik. Fahr schneller. Ich habe eine Kurve, danke sehr. Ja, ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch. Jawohl. Vater. Hui. Diese Strecke war katastrophal. Das stimmt. Hahaha. Manche Autos, wie manche Strecken, aber viel zu groß. Und das war es von dieser Folge. Wir danken uns, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.